Da sind wir auch schon in einer neuen Runde zu Hunt Showdown. Attila mit einer schönen Einschusswaffe. Ich habe wieder mein Zielfernrohr. Springen, springen. Diesmal wieder zwei Gegner. Also zwei Endgegner. Ja, ich habe diesmal ohne Zielfernrohr geschossen. Also beim zweiten Mal. Es ging soweit besser auch. Also war ein bisschen fixer, als wenn du durch dieses blöde Rohr guckst und dann immer so anvisieren musst. Natürlich nachladen nicht vergessen. Man muss jetzt hier irgendwie sein. Ja, ich war das, der hat mich da gerade angegriffen. So, ich habe auch mal geschossen. Oh, jetzt ruft meine Mutter gerade an. Das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt. Boah, der brutzelt dann immer nieder, ne? Ja, diese Fischer sind echt nieder. So, wo war denn das? Achso, das ist bestimmt hier im Keller irgendwie. Ne, ich habe es schon gelöst. Ach so, eins. Oh, da ist ja noch eins. Stimmt, hast du recht. Hier ist ein blaues, also stimmt im Keller, ja. Ah, ich sehe es schon. Sehr gut. So. Dann renne ich hier mal raus. Ach, letztes Mal war nur lustig. Ähm, da hatte ich irgendwie Werkzeug. Oh, Hunde. Dann haben wir die Hunde fertig machen. Nee, da hatte ich Werkzeug und dachte so, hä, was ist das denn? Und habe dann mit dem Werkzeug, äh, geworfen irgendwie. Also irgendwie im Keller. Ja. Was hast du mit dem Werkzeug gemacht? Ja, ich habe geworfen. Ich dachte so, äh, ich kann den Gegner da mit dem Keller ablenken, aber scheiße war. Das war, ähm, da habe ich geworfen, geworfen. Das hat zwar Klimm-Bimm gemacht, aber ich wusste gar nicht, was das war. Und bis ich gelesen habe, ist ja Werkzeug. So, in irgendeinem Video, was ich hochgeladen habe. Mhm. So, jetzt mal gucken, wie weit sie weg sind. Schnell dir hoch. Bevor wieder so ein scheiß Wasserteufel kommt. Oh, hier ist ja schon das Nächste. Oh, die Einen machen ja schon diesen komischen Dicken da fertig. Ja. Vorsicht, da kommt ein Zombie auf dich zu. Hier war doch das Rätsel irgendwo in der Nähe, ne? Auch da hinten ist das. Ich bin mir nicht sicher. Ja, hier ganz... Hör. Hast du den plattgeschossen? Ja, den habe ich plattgeschossen. Aber irgendwer hat noch geschossen. Ich weiß nicht, ob du es warst. Nee. Also eben nicht mehr. Oh, da ist eine Saatmut hier am Dach. Das war ich jetzt. Hier ist das Rätsel. Ich gehe mal schnell nach oben. Ich habe auch ein bisschen rum. Oh, ich werde von der Seite von links angeschossen. Oh, verliegst, das ist schlecht. Oh, ich bin nicht echt. Das ist so scheiße. Ja, da und wo ist dieses Mist? Ah, unten gekämpft gegen dieses Tierchen. Äh. Jörg. Unternehmenschein. Ja, sowohl. Halter, voll in die Fresse. Nimm das, nimm das. Bum, 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 bum. So, schnell, bevor noch ein anderer kommt. Oh, ich werde aufgehoben. Oh, sehr schön. Fragment Team mit am Start. So. Alter, ich habe wem erledigt. Das ist ja sehr gute Arbeit. Das ist wundervolle Arbeit. Da kann ich gleich mal plündern. Plündern. Wir hatten doch nichts. So, 100 Dollar, ey, das ist ja lächerlich. Da kriege ich ja gerade mal eine kleine Pistole für. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, wo ist der nächste Gegner, ne? Der ist direkt hier drin, ne? Das ist die Spinne. Oh, weiß nicht, wollen wir die machen oder wollen wir abhauen, oder? Hm. Oh, die sind schon wieder nah dran, ne? Ich will auch wen laufen hier. Du. Irgendwer ist gelaufen. Du hast es? Hm. Ich glaube, jetzt von rechts. Oder? Von links. Weiß nicht. Ich guck mal hier lang, du kannst hier in die andere Richtung. Ja, das ist nur so ein fetter, der hier angemarschiert kommt. Okay. Na gut. Nur ein paar komische Ekel. Dann Spinne bekämpfen? Ja, können wir machen. Okay. Die ist eh klar. Ja. Die ist ja auch eine Spinne, ne? Alter. Alter. Die ist so flink. Gerade wenn du so, wie ich, zu doof zum Zielen bist, dann ist das nur zu schwierig. Ähm. Oh. Oh, shit. Alter. Boah, Tegla ist einfach zu schnell. Junge, ich höre dir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh. Oh. Ich glaube, der ist ein Gegner. Ja. Oh, Mann, ey. Von Krusty 2285 getötet. Getötet von Sniper Cool Stufe 1. Alter, die Fotzen. Hä? Wir haben die uns...